So, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Modul der Kompetenzentwicklung bzw. Wirtschafts-Didaktik 2. Wir steigen heute in das Thema der Potenzialanalyse ein und docken damit an die Inhalte der Berufsorientierung aus dem letzten Video an. Also, wenn ihr noch Input zum Thema der Berufsorientierung benötigt, schaut euch gerne in der Playlist der Kompetenzentwicklung auf unserem Channel um. So wie auf unserer Webseite, denn dort findet ihr einen Fragenkatalog zu diesem Modul. Ja, zunächst einmal, was ist die Potenzialanalyse? Diese bezeichnet man auch als Kompetenzfeststellungsanalyse und ist ein diagnostisches Verfahren, welches an die Berufsorientierung anknüpft. Hier entdecken die Schülerinnen und Schüler ihre persönlichen Stärken. Es geht also weniger um die Schwächen, es geht hier um die eigenen persönlichen Stärken. Und entwickeln das Selbstbewusstsein sowie die Bereitschaft, um Verantwortung für die eigene berufliche Zukunft zu übernehmen. Zunächst einmal, was ist der Grundgedanke der Potenzialanalyse? Der Grundgedanke ist, ohne individuelle Diagnostik ist keine gezielte Förderung möglich. Und das halten wir zunächst einmal fest. Also, wir notieren Grundgedanke, und zwar ohne individuelle Diagnostik. Ohne individuelle Diagnostik ist keine gezielte Förderung möglich. Hier möchte ich noch einen kleinen Exkurs vornehmen, und zwar auf die Diagnostik selbst. Wir haben diesen Begriff definiert. Und zwar, Diagnostik ist eine theoriegeleitete, systematische Sammlung hochwertiger Informationen über diagnostische Objekte mit dem Ziel, relevante Merkmale der Objekte möglichst genau zu beschreiben und vorherzusagen. Und eine Aufgabe in der Diagnostik ist die Ermöglichung von individuellen Förderprogrammen. Und ja, da haben wir dann den Bezug eben zur Diagnostik, zur pädagogisch-psychologischen Diagnostik, wenn man es ganz genau nimmt. Hierzu findet ihr auch bereits Input auf unserem Channel sowie auf unserer Website. Also schaut euch gerne mal um. Wir steigen ein mit dem Prozess der Potenzialanalyse, bevor wir dann zur Systematik der Potenzialanalyse übergehen. Also der Prozess gliedert sich in fünf Stufen. Ich schreibe hier erstmal hin. Wir steigen ein mit dem Prozess der Potenzialanalyse. Potenzialanalyse. Und dieser, wie gesagt, gliedert sich in fünf Schritten. Erstens, es kommt zu einer sogenannten Kompetenzfeststellung. Den Begriff der Kompetenz haben wir ja auch bereits definiert. Da gibt es keinen Konsens, was man unter Kompetenz versteht. Schaut euch aber hierzu gerne nochmal den Input in der Playlist der Kompetenzentwicklung sowie der Wirtschaftsdidaktik auf unserem Channel an. Also Kompetenzfeststellung Feststellung Also über welche Kompetenzen verfügen überhaupt die Schülerinnen und Schüler? Dann haben wir das zweite Paket und zwar Wir erstellen ein individuelles Kompetenzprofil Individuelles Kompetenzprofil Kompetenzprofil Dann haben wir den dritten Schritt Und zwar ein individuelles Rückmeldegespräch Und Fördergespräch Individuelles Rückmeldegespräch Man könnte auch einfach kurz Feedback hier hinschreiben Ich übernehme das dann mal so, wie ich das in der Veranstaltung auch kennengelernt habe Rückmeldegespräch Und Fördergespräch Fördergespräch So und diese ersten Schritte hier, die bezeichnet man auch als die Schritte der Diagnostik selbst beziehungsweise die Stufen der Diagnostik denn wir haben hier einen fünfstufigen Prozess das sind die ersten drei Schritte Und jetzt packe ich mal auf die andere Seite hier die anderen beiden Schritte Schritt 4 beziehungsweise Stufe 4 Wir haben die individuelle Fördermaßnahme eben zugeschnitten auf das Kompetenzprofil des jeweiligen Schülers, der Schülerin Individuelle Fördermaßnahme oder Fördermaßnahmen Förder Wenn ich mich jetzt hier irgendwo in der Rechtschreibung ein bisschen vertue dann bitte ich das zu entschuldigen Maßnahmen Und dann haben wir hier den fünften Schritt beziehungsweise die fünfte Stufe Das wäre dann eben die Dokumentation der individuellen Fördermaßnahmen Dokumentation der individuellen Fördermaßnahmen So, jetzt hatte ich ja gesagt die ersten drei Stufen des Prozesses umfasst eben die Diagnostik selbst und Stufe 4 und 5 wäre dann eben hier die Förderung So, und damit haken wir dann hier den Prozess ich unterstreiche das hier noch einmal Prozess der Potenzialanalyse auch ab Wir gelangen dann zur Systematik Systematik der Potenzialanalyse Da erstelle ich mal eine Skizze Potenzialanalyse Das ist jetzt hier alles nur Grundwissen Das kann man sich gut im Quartellkirchen schreiben oder sich dann eine Zusammenfassung mit dem in der 4-Blatt erstellen bevor man dann eben wenn man dieses Basiswissen eben sich angeeignet hat dann kann man sich auch den konkreten Sachverhalten zuwenden aber man braucht eben eine gewisse Basis erstmal So und hier haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Spalten die ich jetzt hier brauche und wir beginnen mal hier links Ich hoffe, ich bekomme das hier alles hin In der Systematik der Potenzialanalyse müssen wir zunächst einmal die Anforderungen definieren Anforderungen definieren So Aus diesen Anforderungen können wir eben dann die Aufgaben erstellen beziehungsweise konstruieren Aufgaben Aufgaben Ich benutze mal den Begriff konstruieren so wie in der Vorlesung Konstruieren und dann kommen wir zur Durchführung und bei der Durchführung müssen wir unterscheiden einmal zwischen der Beobachtung der Durchführung und der Dokumentation beziehungsweise des Protokollierens der Durchführung Also wir haben hier einmal die Durchführung beobachten und dann einmal die Durchführung eben dokumentieren und protokollieren Ich wende mir jetzt hier einmal den Begriff der auch in den Vorlesungsinhalten dargestellt wurde und zwar protokollieren So ich glaube schreibt mir nur mit einem L oder? Guck nochmal nach protokollieren Ne müsste sogar mit 2 sein So dann kommen wir zu den Beobachtungsergebnissen Ja nach der Beobachtung und der Dokumentation haben wir natürlich Ergebnisse erstellt und diese Ergebnisse müssen dann auch beurteilt werden Also Beobachtungsergebnisse 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 eben dann einmal beurteilen oder bewerten Beurteilen beziehungsweise bewerten So und dann eben letzte Spalte wäre dann hier einmal das individuelle Rückmeldegespräch beziehungsweise individuelles Feedback geben So und jetzt fehlt dir noch ein bisschen was und zwar ich schnappe mir einmal mein Tool und ziehe einmal die Kästen rum und dann müssen wir noch ein paar Pfeil Verbindungen hier vornehmen Verwende machen wir es jetzt hier auch schön sauber Ihr könnt dann Video springen oder die Videogeschwindigkeit erhöhen Den Rest packt ihr wie immer unterhalb des Videos in die Videobeschreibung hinein also dort auch gerne mal hineinblicken und wie gesagt Webseite da findet ihr auch noch mal viele Inhalte die wir hier in den Videos auch besprechen So und dann seht ihr haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 5 Spalten quasi und dann ziehen wir hier die Pfeile und zwar Laufrichtung ist von links nach rechts also erstmal die Anforderungen definieren dann die Aufgaben erstellen dann kommt es zur Durchführung hier einmal die Durchführung beobachten und das was man beobachtet eben auch dann dokumentieren dann kommt es zu Ergebnissen zu Beobachtungsergebnissen die wir eben dokumentiert haben und die müssen jetzt bewertet werden und dann kommt es eben zum individuellen Feedback Rückmeldegespräch mit der Schülerin dem Schüler man muss das ja nicht zwingend auf den Kontext Schule beziehen man kann das ja auch auf den Betrieb beziehen dass der Arbeitgeber eben seinen Arbeitnehmer nach einer Fortbildung etc. ein Feedback Gespräch gibt so ja und nochmal ganz wichtig es geht hier das ist mir jetzt nochmal ganz wichtig es geht hier um die Stärken der Schüler und Schüler wir wollen die Schüler und Schüler nicht bloßstellen wir wollen sie mit ihren Stärken vertraut machen so es geht hier nicht darum die Schwächen aufzudecken und zu sagen ey du kannst das nicht du kannst das nicht du kannst das nicht sondern welche Stärken haben die Schüler und Schüler von denen sie vielleicht auch später in der Berufswelt profitieren können die Stärken entscheiden darüber in welche berufliche Richtung ich mich dann auch bewege Punkt also wie gesagt es geht um die Stärken und nicht um die Schwächen das möchte ich hier nochmal hervorheben so ja und das sollte uns soweit gewesen sein notiert wir das am besten auf dem DNA4 Blatt oder Karteikarte weil so eine Abbildung für eine Karteikarte mir relativ schwer ist aber das kann man auch stichpunktartig sich notieren und den Rest kann man sich dann selbst nochmal in eigenen Worten erklären ja also nicht nur stumpf auswendig lernen das soll es soweit gewesen sein ich hoffe euch hat das Video soweit weitergeholfen wenn ihr Fragen habt Anregungen, Kritiken etc schreibt es mir gerne unterhalb des Videos in die Comments bis zum nächsten Mal und ciao